Ey, yo, was geht ab? Mein Name ist Bam Bugatti. Ihr seid hier gerade bei Good Call. Ein Good Call, dick, ja. Als würde ein Ex dich anrufen und sagen, ey, yo, ich vermiss dich, ich bin gerade allein, komm vorbei. Yo, falls ihr denkt, ich bin nur ein fucking YouTuber, hört mir genau zu. Yo, okay. Shit, rolle und rolle den Dibbeln, wäre nichts, bitte. Mixe, ein Gramm Kelly, nur mit Verspitzel, der Malbüro kippe. Ich könnte sogar Kleinkram ticken, die Kunden bleiben treu, man da kommt nichts zwischen. Mache meinen Umsatz im Viertel, ein Viertel, ein Viertel, HF von Cannabis-Düsten, MMVL sind die Kürzel. Du nennst dich König, ich schwöre, ich stürze. Dein Königreich, nimm deine Würde, im Würgegriff, Würge um Würge. Der Nagen am Knurren wie ein Löwe, der Nachbar hängt wach wegen bösen Gestöhne. Fuck, Digga, lass sie nicht stören, lass sie den Bugatti hören. Wir sind gut, ich schau. Wir sind gut, ich schwöre. Ich schau. Wir sind gut, ich brauche. Wir sind gut, wir sind gut, ich brauche, ich brauche. Vielen Dank.